Das fällt dir nach neun Jahren Ausbildung ein. Nach neun Jahren! Mensch, mir macht mein Job auch nicht jeden Tag Spaß. Stefan, ich bin schwanger. Du bist Papa. Was hast du... Was hast du einfach so, ohne mich da vorher mal zu fragen? Ich hab selbst erst heute erfahren. Ohne mich da nur am geringsten einzuplanen. Es war ein Unfall. Ja, dann gehst du einfach mal dahin und schmeißt deinen Job. Sag mal, spinnst du? Ich war's nicht, die gesagt hat, dass mich die Pille zu dick macht. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten noch, dass man... Ich will dieses Kind. Schluss aus. Ich hab die ganze Wohnung geputzt. Ich hab alles weiß gestrichen und alles durchgefegt und... Nur noch die Wiege hat gefehlt. Aber wenn's nicht will, will's nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. SYNC RATE